Dieses Event beginnt mit einem fliegenden Start. Ziel ist die Anzahl Autos zu überholen, ehe die Zeit abläuft. Oder die Fahrer langsam auf dürfen, aber jeweils früher starten. Überholen sie alle, ehe die vergebene Runden absolviert sind. Nein, wir machen das mit den ganz alten Autos und ja, da sehen wir uns dann. Ich klicke mal drauf. Das Spiel speichert. Das muss ich auch noch einen Cut setzen. Hallo nochmal und vielen Dank, dass Sie heute bei einem der wenigen Events in diesem Jahr mit dabei sind, die keinen Einfluss auf die Weltmeisterschaft haben. Wir können uns also alle ein wenig entspannen und dabei zusehen, wie ein paar wundervolle Oldtimer auf der Strecke so richtig Gas geben. Ja, und ich denke mal, ich werde hier einen Cut gesetzt haben. Von daher, ich begrüße euch zurück. Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Überhole neuen Kontrahenten innerhalb von vier Minuten. Ja, machen wir das mal mit dem Oldtimer. Mal. 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 Vorsicht beim Überholen Das war zu riskant Du hättest eine Strafe kassieren können Okay das war zu hart Du hättest eine Strafe kassieren können So wir schnappen uns den nächsten In der nächsten Kurve So den hab ich Noch zwei Stück Das wird hart So letzte Moreno Okay den dürfte ich Nächste Kurve dürfte ich den haben Und dann Den letzten noch geholt. Vorbei. Ja, neun überholen. Super geil. Okay. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Ja. So, reduziert Abnutzung Antriebs- und Getriebekomponenten. Jawollski. Ja, und liebe Leute, wir sehen uns dann auch bei der nächsten Folge erst wieder. Ich hoffe, euch hat die kleine Zwischenspoiler-Folge hier mit den Oldtimer-Mann gefallen. Bis dahin, euer Püfig. Tschüüü.